was wir hier haben ein klemmbrett das kann ich nicht nehmen aber ich kann auch nicht angeln warum kann ich nicht angeln ich wollte angeln hallo nein ja toll das ist ein komischer vogel hier alter gut klemmbrett nehmen was haben wir denn da was ist denn das was zur hölle okay das ist creepy we hold on something out here you didn't find any mushrooms did you i mean Ähm... Henry? Sind Sie da? Was ist passiert, Henry? Ich... Ich habe... Ich habe in die Hände gebeten. Oder etwas... von jemandem. Sind Sie ernsthaft? Was ist da draußen? Ich weiß nicht. Jesus, was war das zur Hölle? Ja, gute Frage. Das habe ich doch auch schon irgendwo gelesen. Da. Ja. Norden vom See aus. Ja. 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 Da haben wir nochmal ein Seil dran. Das Problem mit den heißen Wohnungen, kennen wahrscheinlich sehr viele Leute in Dachgeschosswohnungen. Es ist sehr angenehm gerade. Wirklich, ich bin überwältigt von dieser Hitze. Da hat es gerade ein bisschen geruckelt. Aber hey, egal. Was ist das? Ein Salm? Oh! Oh, Delilah, da ist eine große Schraubung zwischen mir und der Meadow. Ich glaube, ich kann es nicht überwältigen. Eine Schraubung? Ja, eine Schraubung. Oh. Oh. Ja. Oh, das sieht das relativ logisch für mich aus. Stein benutzen. Steine benutzen. Komm schon. Ach! Ja, und wie kriege ich das jetzt hin? Oh, das ist das. Oh. Sie sind wahrscheinlich der Typ von Leute, die dir helfen würden, dich durch diese Fenze zu kommen. Ah, Supply Drop, Pity Station... What the fuck... Muss ich jetzt echt... Ne, ne? Oh Gott... Biss noch da unten hin? Ah, dieser Ort ist verrückt. Vielleicht haben sie Aliens, das wäre spannend. Wir sehen uns über das. Die Soundkulisse mit den Vögeln und mit dem Wind. Herrlich! So... Da sind wir, wir müssen... Was ist denn der schnellste Weg? Daher... Ruby River. Fuck, ey. Fuck, ey. Ja, erstmal nach Hause, ne? Dann gehen wir den Weg, den wir eben fast gegangen wären. Scheiße, ey. Äh... Äh... Ähm, theoretisch kann ich doch auch... Hierher gehen, oder? Ja, weiß ich nicht, warum ich immer so kompliziert da oben drüber gekraxelt bin. Das ist Schwachsinn. So, bisschen die Füße abkühlen. Herrlich. Bitte, 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 bitte lass mich hierher. Ach, danke. Och... Okay. Äh, bin ich noch richtig? Ja, ne? Ich muss bis zum Ende und dann rechts. Okay. Kriegen wir irgendwie hin. Erdkunde und Kartenlesen ist zwar nicht so mein Ding. Aber irgendwie sollten wir das schon schaffen. Hey, ich hab' umgekriegt. Dinge sind normal mit allen anderen. Okay. Komisch. Hat was auf deinem Ende auf deinem Ende passiert? Nein. Nicht wirklich. Nicht wirklich? oder nichts? Nichts. Meine Tür war örtet die letzte Nacht, aber das ist nicht wunderschön. Das klingt nicht wie nichts. Es ist nichts, ich versuche. Oh, warte mal. Okay. Ich hab' umgekriegt. Komm' ich da oben irgendwie? Komm' ich da oben irgendwie? Nee, komm' ich nicht. Gut. Hey. Was du gerade gesagt hast, bleib' mein Radio nahe zu mir. Ja? Ja. Bevor ich in der Lange auf dem Berg wurde, sah ich ein Radio auf dem Boden. Klingt wie das, was ich benutze. Und? Und? Du denkst, dass... vielleicht jemand... war... du weißt, äh... nicht. Was? Vielleicht, unsere Frequenz mit anderen Radios oder so. Naja, wahrscheinlich. Sorry. Es ist nur ein Gefühl. Ich... ich weiß nicht, wie du das tun würdest. Ja, du klingst mir Angst. Nein. Ich bin nicht. Okay? Lass uns nicht aus Kontrollen. Halt einfach. Alles was du sagst, Boss. Gott. Der Sound, Alter. Leicht bedrohlich. Aber hey. Wir sind erwachsen. Alles gut. Ich weiß nicht, was noch passiert ist, aber... ich... habe keine gute Gefühl. Ja, geht mir genauso. Es ist nicht so, dass du nur die Polizei klingst. Es ist nicht so, dass du nur die Polizei klingst. Ich dachte mir über die guten. Es hat mich nur gefreut, dass... wenn irgendwas weirrt wie das zu ihnen passiert, dass es zu Brian passiert. Es ist nur so, wie gefährlich er hätte. Es hat Spaß gehabt. Das geht ihm bestimmt gut. Ein bisschen... ...deeskalieren. Ich weiß nicht, wenn das zu ihnen passiert, dass er oder sein Vater etwas gesagt hätte. Ich weiß nicht, Ned. Ned war ein weirrer Typ. Niemand ist so weirr. Wenn du jemanden in den Bösen hörst oder aus den Schäden getrunken, dann kriegst du deinen Boss auf den Kopf. Ja. Brian ist gut. Ich hoffe so. Es war drei Jahre vor. Er ist jetzt in der Hochschule. Er ist auf der Sommerabreise. Ja, du bist richtig. Du bist richtig. Der Turm. So. Es ist noch hell, also ich meine... Falsche Taste. Theoretisch... Könnten wir jetzt einfach weiter geradeaus... Ich glaube, das machen wir auch. Ich glaube, das müssen wir sogar machen, ne? Gut. Bababa, 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 bababa. Was ist denn hier los, ey? Richtig? Äh, richtig. Dann rechts, beziehungsweise gerade... Aus. Das ist kein Weg. Das ist nur vertrocknet. Ich glaube, hier müssen wir rechts, ne? Hier hoch und dann irgendwann über den Fluss. Boah, ist das warm hier, Alter. Boah, ein Fenster aufmachen kannst du ja auch nicht. Nur nachts, aber da kühlte sich hier im Moment auch nicht ab. Äh. Hä? Das ist nicht... Ach so, Schatten. Boah. Himmel, Herrgott. Ach, da ist das Feuer. Woah, das Flapjack-Fier ist nicht irgendwo, hm? Nein. Das ist warum diese Leute kamen, um diese Linie zu verbrechen. Ach, das ist in der Phase, wo alles, was wir tun können, ist... ...zumachen. Sie werden es nicht versuchen, es rauszuholen? Nicht noch, wahrscheinlich. Hä? Na ja, doofe Frage, aber... Ne, keine doofe Frage, ist ja eine... ...normale Frage. Wir versuchen hier die Füße nicht nass zu kriegen. Und theoretisch könnten wir ja auch einfach so... Aha. So, Versorgungskiste. Eins... Zwei... Drei... Vier... Was haben wir da? Oh, ein Brief. Mal die Karte abschreiben. Schluck trinken. So. Was haben wir da? Ähm, lesen. Hey Ron. Ich wünschte mir, die da oben würden uns Funkgeräte geben, die nicht komplett für den Arsch sind. Ha. Meistens schreibe ich ja lieber. Aber ab und zu wäre es schön, dich sofort erreichen zu können. Meine Schwester hinterlässt mir dauernd Nachrichten. In der Zentrale. Sie versteht wohl nicht so ganz, dass ich den Job hier angenommen habe, damit ich Ruhe vor ihr und unserer Mutter habe. Ich sitze schon eine Weile hier und überlege, was ich hier sagen soll. Hab aber bislang nur eine halbe Flasche Gin getrunken. Ich vermisse dich, Dave. Ron und Dave. Vermissen sich. Äh... Seven... Ernie... Was? Terminal? Terminal 7. Untersuchen. No a major motion picture... Staring... Anderson-Helson. Mhm. Äh, ist mir so doof zu lesen. Fallen lassen. So. Hau da rein. Was haben wir da? Der zufällige Retter. Der zufällige Retter. Okay, schön. Wir haben Klopapier. Wir haben einen Stein. Noch einen Stein. Und sonst haben wir nur Bü... Bücher. Ja. Ja. Mega. Gut. So. Zu. Weiter. Wo bin ich? Wo muss ich hin? Ich muss... geradeaus und dann links. Boah. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Alter Verdammt. Normalerweise würden sie das nicht so nahe zu einem Körper Wasser tun. Aber... Ich denke, sie sind zufällig über ein Feuer, die den Römer zu spüren und auf zwei Forken zu brennen. Jetzt, dass jemand drin ist. Ich bin zufällig davon. Ja, das ist nett. Okay. Das Scout Camp ist am Süd-Ost des Römer. Es sollte ein Pond auf dem Weg sein. Entstanden. Es gibt einige alte Schneemobilien hier. Das ist verrückt. Ja. Ja. Das war nicht eine lustige Gehreise nach der Civilisierung. Oh, jemand hat diese Schneemobilien auf den Boden gezogen. Was passiert, wenn ein kontrolliertes Börner aus dem Kontrollen wird? Niemand wird getötet. Oh, okay. Fertig. Oh, komm mal. Das war ein ehrliches Erdbein. Ich bin noch nicht in der Lage für ein Sprache. Das ist so, wie ich mich aufgetrenzt habe. Äh, da ist ein altes Pond hier. Nicht viel mehr als ein Pfeil der Mühle. Hast du es auf der Seite? Äh, ja. Ich weiß, wo du bist. Ja? Wo bin ich? Pfeil der Mühle. Pfeil der Mühle. Es war ja so, wie es gab. Aber ähm... Ähm... Leute haben es immer wieder getötet. Äh, weil es die Mühle der Mühle nennt? Das ist ein guter, verdammter Name. Das Signal sieht gleich in einem Damm. Oder... Du kannst nicht mehr... Osten, so, äh Gut, wir müssen hier durch, glaube ich, ne? Oh ja Das sieht doch nach was aus Aber wonach? Camp Arap Irgendwie so? Keine Ahnung Steht das hier? Ne, das steht noch, Scout Camp, okay Gut Äh Was stand da? Ne, nicht Brücke Arapaho Aha Camp Arapaho Du bist da? Ja, ich bin Ah, es ist da draußen seit den 50ern Ich war nie wirklich mit der Idee der Scouts Es ist etwas über Männer, die Kinder über ihre Ideen organisieren Oder ist das richtig mit mir? Aha Beware Weebelows in large numbers Beware of anyone in large numbers Hm Scheiße Controller ist gleich leer Obwohl, passt ja Ist gleich fertig So, eingestürzte Brücke So, eingestürzte Brücke Oh, das macht doch Sinn Hoch Okay Mal schauen, kommen wir hier irgendwo Auch nicht Ich hab absolut keine Ahnung, was ich hier gerade mache Hier kommt nicht nirgends wo drüber, ne? Ne Schön Da ist das Feuer nochmal Nicht außer Kontrolle, aber auch nicht unter Kontrolle Also, ja Gut, ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss Ich bin außer Kontrolle Ich wurde dicht